Die Energiewende stellt auch die Energiewirtschaft auf den Kopf. Anstatt großen, gleichbleibend produzierenden Erzeugungsanlagen poppen überall im Land kleine dezentralisierte Kraftwerke aus dem Boden oder aus den Dächern. Diese Dezentralisierung stellt nicht nur die Netzbetreiber vor neue Herausforderungen, sondern das birgt auch eine Chance für Energiegemeinschaften. Was aber steckt hinter diesem schillernden Begriff? Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhuber und Partner Ihrer Kanzlei für Umweltrecht und Energierecht mit Sitz in Wien und Salzburg. Energiegemeinschaften, ein schillernder Begriff. Das österreichische Elektrizitätsrecht kennt bereits jetzt eine Form der Energiegemeinschaft, die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage handelt es sich in der Praxis um PV-Anlagen auf Mehrparteienhäusern. Das heißt, hier haben wir einen sehr eingeschränkten Anwendungsbereich. Mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz sollen zwei neue Gemeinschaftsformen implementiert werden. Die Bürgerenergiegemeinschaft und die Erneuerbare Energiegemeinschaft. Gemein ist diesen beiden, dass das Ziel nicht im finanziellen Gewinn, sondern im wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Vorteil der Mitglieder liegt. Zweitens, dass ich eine Rechtsperson brauche, die aus zumindest zwei Mitgliedern besteht. Und drittens, dass der Teilnehmerkreis ein eingeschränkter ist. Während die Bürgerenergiegemeinschaft sich in ganz Österreich ausbreiten kann, sprich das Windrad ist im Burgenland, die Abnehmer sind in Vorarlberg, ist der Teilnehmerkreis bei der Erneuerbaren Energiegemeinschaft lokal begrenzt. Das hat den Vorteil für die Teilnehmer, dass die Netzgebühren reduziert sind. Hier haben wir also einen finanziellen Vorteil. Wie komme ich aber zu meiner Erneuerbaren Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft? Nun ja, der erste Schritt wäre, ich könnte beim Netzbetreiber nachfragen, ob in meinem Bereich bereits eine Energiegemeinschaft besteht und mich dieser anschließen. Zweite Möglichkeit ist, ich gründe meine eigene Energiegemeinschaft. Dafür brauche ich eine Rechtsform, ich muss eine Gesellschaft oder einen Verein gründen und ich muss eine Vereinbarung mit den anderen Teilnehmern treffen, sprich die Haftung regeln und andere Rechte und Pflichten. Mit dem Erneuerbaren Energieausbaugesetz bzw. der Novellierung des ELWOG kommen die Energiegemeinschaften. Es bleibt abzuwarten, wie sie sich durchsetzen werden. Jedenfalls stellt es eine spannende neue Möglichkeit der gemeinschaftlichen Stromproduktion dar. Reichweiteausbred